So Ist wieder Nacht, wundere mich, dass man keine überhorte Zombies, Zombies, Zombies angegriffen hat. Aber ich finde es cool, dass man dazu gezwungen wird mehr oder weniger zu schlafen, wenn man kein Lebensinventar hat, weil einfach die Zombies so heftig healern werden. Ich finde aber, das sollte vielleicht, weiß nicht, ob man irgendwie... Äh, von der... Kistenanzahl vielleicht. Umso mehr Kisten rumstehen in der Gegend, umso mehr Zombies kommen, weil Kisten symbolisieren meiner Meinung nach den Reichtum eines Spielers. Wenn du nicht so viele... Entweder du machst es sinnlos für die Kisten und provozierst damit, dass mehr Zombies kommen. Oder du bist halt einfach mega gut, weil du schon so viele Gisten hast, damit auch alles mögliche schon hast und... Ja, irgendwie sowas oder so. Wow, das sind viele. Hilfe! Hilfe! Lass mich in Ruhe! Löser-Zombie! Löser-Zombie! Stirb! 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 Wow! Du sollst sterben! Glös! Sehr schön... Wuiiii! Na, komm her! War der wirklich? Böser Zombie! Stopp! Stopp! Wuhuhh! 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 Hähn! Hähn! Ok, 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 und... Auch den hat's erwischt. Und jetzt können wir uns hier in Ruhe die ganzen XP abholen. Und sind Level 3. So, hier mache ich jetzt einfach mal... ...das gutmittelalterliche Leuchtsteinzeug hin. Passt doch voll zum Mittelalter, aber sieht cool aus. So... Sind wir wieder oben, und weiter geht's. Ich überlege gerade, ob ich da auch noch eine Mauer mache. Ich glaube schon, dass es sinnvoll wäre, hier dann auch noch die Mauer lang zu ziehen, bis hier rüber. Dann muss ich ein Wasser anfangen. Abschneuerte? Nö. Gut, ok, dann haben wir das jetzt erledigt hier. Dann können wir eventuell jetzt... Hier einfach den Weg symbolisieren, der jetzt hier hergeht. Tada! Irgendwie so. Boah, das sieht ganz vernünftig aus, wenn wir es so machen. Und das ist halt ein breiterer Weg dann doch im Endeffekt. Äh, und hier kann man... Machen wir das jetzt hier gerade, oder lasse ich das so? So, ja, dann sehen wir, wenn der Weg fertig ist. Habe auch gerade nichts dabei, deswegen wird das auch nichts gerade... Oh, Mensch. So, dann... Huch! Was mache ich denn mit dem Scheiß hier? Ich brauche doch genauso. So... Auch hier schön... Grünzeug überall... Tada! Wie Maus halt von mir gewohnt ist... Dann fängt Rubik's irgendwann wieder ab und dann... Aua, es tut auch weh! So, dann langsam mal dafür sorgen, dass hier kein Zombie mehr aufs Feld kommt. Das ist nämlich langsam ein bisschen penetrant. Dass mir hier mal alles kaputt geht. Wo? Oh! Boah, hat die mich jetzt erschreckt. Huiiii! Komm her. So. Habe ich denn noch Holz? Ich habe noch eine ganze Ecke Holz, sehe ich gerade. Oh, Quatsch. So. Und... So. Tada! Wo viele Zäune ich momentan brauche, ist ja die harte. Oh, oh. Ich lege mich schlafen. Sterben die Zombiesäule und dann kann ich... ...mein Tagewerk in Ruhe verrichten. Huuuuh. Gute Nacht, Gute Nacht, Gute Nacht, Gute Nacht, Gute Nacht. Boah. Krieg dich ein. Das hat mich aber erschreckt, ey. Oh, komm her. Oh, komm her. Lalalalalalalala. Gut, dass mir die Fäder nicht abbrennen. Oh, Musik. Wieso brennst du eigentlich, du dummes Kind, hä? Äh. Rebellen hier, oder was? Da hier noch der Weg lang geht, mache ich jetzt einfach mal... ...hier, aber hier kommt kein Weg hin. Hier kommt... Erde hin und hier kommt dann das hin. So, fertig. Genau wie hier. Wollen wir mal hier was fehlt. Und dann kommt hier... ...flupp. Eine Workbench hin. Und dann... ...ein... ...Gatter. Eins... Zwei. Eins, zwei, drei, vier... ...fünf. Hat auch voll gepasst. Sehr schön. Da haben wir das auch erledigt. Hier kommt dann... Wo immer ich jetzt hier zwei Steinziegel rumliegen habe. Im späteren Verlauf kommt dann hier noch was hin. Das kommt weg jetzt so. So. Das kann erstmal offen bleiben jetzt hier. Das ist jetzt ganz okay. Hauptsache von hier kommt nichts mehr auf das... ...auf die Wrench drauf. Drauf, drauf, drauf. Und aus dem Grund mache ich dann auch hier erstmal... ...und erstmal hier. Erstmal zu. Denn hier brauche ich eh nicht. Deswegen kann es erstmal zu bleiben. Und dann kommt noch nichts mehr hier rein. Super. Super, 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 super. Gut. Dann haben wir das erledigt. Dann haben wir das erledigt. Jetzt bräuchte ich noch ein paar Steine. Die hole ich mir direkt mal von hier hinten. Habe ich denn jetzt noch... ...Knochenmehl. So, super. Und Schwein und ein Schaf. Habe ich noch was zu essen. Äh, rohes Hühnchen habe ich auch noch. Kann ich auch noch was speisen. Wollen wir nicht. Das habe ich wahrscheinlich... In meinem blinden Hass wieder einen Huhn getötet. So, komm her. Du Kiste mit den tausend Steinen. Okay. Das ist nicht allzu viel, aber es ist auf jeden Fall was. Wird aber nicht reichen wahrscheinlich. Deswegen nehme ich mal... ...ein paar Steine mit. Und dann wäre das auch geklärt. Schielenbau will ich immer noch nicht. Wahrscheinlich immer noch einen Bergeingang zweiten. Wo man noch Steine holen kann. Aber wir werden wahrscheinlich auch eine ganze Menge Steine holen. Wenn wir die U-Bahn vollbringen. Und das wird, glaube ich, auch einer der nächsten Ziele sein. Mit... Äh... Jetzt merke ich gerade. Dass das ja hier gar nicht so geht. Weil hier muss man ja langlaufen. Ah, jetzt gehts wieder. Okay. Okay. Schwupp. Haben wir jetzt den Ofen gezaubert. Und... Wo ist mein ganzes... Hä, wo ist die ganze Kohle hin? Okay. Okay. Habe ich die Kohle oben gelassen? Das ist ja jetzt nicht so vorteilhaft. Kohle! die geblieben die kohle die aber das ist wirklich die ganze kohle dann halt nicht wir werden gleich mal die Kühe füttern hier wenn ihr noch ein paar mehr Kühe bekommt da hin und das sind gar nicht die ganzen steine ach so das funktioniert ja gar nicht ich gehe dann nur mit dem hier und sie habe ich jetzt schon verarbeitet ein Gespür dann kann ich das ja theoretisch ja mal raushauen und dann ja eine doch etwas besser aussehende Steinmauer reinzummen so 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2 so wieder gut aus da hinten fehlt jetzt noch was das kann ich eventuell gleich mal weg machen so und dann geht es hier weiter könnte es eventuell wirklich reichen ich glaube es eher nicht immer wenn ich denke es reicht reicht es nicht deswegen sage ich einfach mal es reicht nicht weil wenn ich es so baue dann auf jeden Fall nicht war klar dass es nicht reicht und wir haben auch noch hier hinten da zu tun deswegen wird es auch gar nicht reichen aber wir haben das in den Ofen gesteckt jetzt kann man erstmal hier das ganze zurück äh ach süßes haben wir ne immer noch nicht ähm im, 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 im Erde super da ein bisschen hier ein bisschen und ja wow haben wir wieder zwölf Steinchen lalalalalalalalalalalala gut dann schauen wir mal wie es oben aussieht kann ich da mal die Gitter setzen und tim tim tum da tap tap da Moment da hier und da hier da hier hier noch ein bisschen und da oh hat sogar gereicht diesmal und jetzt brauche ich die Schaufel wieder ja genau jetzt das alles weg hier und dann müssen wir das alles mit stein voll machen und den rest kann ich die restliche als ich gerade ausgebuddelt habe kann aber mal gleich hier her wenn du mir selber ein bisschen stein fertig gebrannt ist und von da aus kann man das auch gerne voll machen hier so runter zehn steine was für ein unglaubliches erlebnis an baukunst ich brauche gleich mal im moment kann ich mir einfach mal einen zweiten ofen basteln kann ich natürlich bin ich in der lage zu und ein paar mal ein bisschen davon hinein und ich habe auch irgendwo eisen gehabt genau da haben wir eisen gehabt dann brauche ich mir gleich mal eine zweite schaufel aber gut frecken und strecken kann ich mir eventuell gleich zwei basteln dann muss ich mehr terraform machen schubser genau und zwei schaufeln und dann kann ich hinten gleich loslegen so bisher so ist gehen das heißt aber bisher muss abgetragen werden ist also gar nicht wie ich dachte muss ich den ganzen hügel abfragen das wäre nicht so gut gewesen das lasse ich erst mal hier hier kommen die acht letzten steine hin weg und so sieht es dann aus genau hier und was dann hier hinkommt weiß ich jetzt noch nicht so dafür dass es nicht ganz so abgehackt aussieht da macht sich kein schädiges hungergefühl in meinem bauch breit das möchte mir verklickern du hast heute noch nicht viel gegessen ich meine das ist jetzt im real life klingt komisch aber da muss man auch essen das ist eine recht natürliche Aufmerksamkeitsfunktion des Körpers ich gebe mir Aufmerksamkeit so haben wir das auch alles gemacht ich komme gerade echt nicht drauf glaube ich hier wie viel Land man mit so ein bisschen terraforming alles erschließen kann in der Geschwindigkeit das sind ja wirklich viele folgen gewesen wir haben ja eigentlich nur immer samstags und samstags gemacht und trotzdem gut diese woche gab es schon mal freitags einen noch dazu und trotzdem haben wir so viel schon erschlossen ist schon krass na gut das sind jetzt auch schon die neuen folgen jetzt aber ja so so neues eisen neuer stein so muss das sein mit dem stein immer gewinnen können wir gleich treppen fertig basteln noch dann haben wir auch das geschafft da kommen schon die ersten mini zombies wieder an hier war gar kein mini zombie habe ich mich verguckt gut das ist ja noch alles hallo ich habe mich jetzt zu essen ich sterbe wenn ihr mich eingreift so fertig hab ich noch hab ich noch guck das war auch so nicht geplant so so er habe ich keine mehr schade eigentlich so weg das ist auch fertig ja dann würde ich sagen war es erstmal für die heutige aufnahme ich gehe jetzt auf jeden Fall was futtern dann eisen ist fertig gebrannt wir sehen uns beim nächsten mal liebe freunde also ich glaube ich erforderst mir hier nochmal schnell was Nun nam 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 x2 Tschüüss bis für den nächsten Mal